Was hat mit KI gearbeitet? Schön, dass ihr da seid. Wer von euch hat denn mit KI schon mal gearbeitet? Okay, ja, schon die meisten. Wer von euch hatte das Gefühl, das hat euch so richtig viel gebracht? Und auch mal ein Zeichen, so richtig viel? Okay, nicht so viele. Wer hatte das Gefühl, eher nicht so, war ein bisschen enttäuschend? Auch ein paar Leute. Gut, die Frage ist wirklich, wie setzt man das ein? Es gibt ganz viel Information darüber, was ist KI? Was für Werkzeuge gibt es alles? Da wird der Markt gerade überschwemmt. Aber wir gucken uns heute ein bisschen an, was ist Lernen? Was sind Lernprozesse? Und wie kann ich KI so nutzen, dass es mir beim Lernen auch wirklich was bringt? Fangen wir erst mal mit so ein paar Grundbegriffen an. Kognition. Kognition umfasst im Prinzip alle Aspekte psychischer Funktionen und Prozesse. Ob bewusster oder unbewusster Natur. Also alles, was ihr wahrnehmt, worüber ihr nachdenkt, was ihr abends euch noch durch den Kopf gehen lasst. Und das leitet sich ab vom lateinischen Begriff Cognitio. Erkennen. Da steckt ganz viel drin. Also Erkennen. Verstehen. Und dann sind wir auch schon direkt beim Lernen. Jetzt mal so eine Definition, die ich mitgebracht habe. Gibt es natürlich ganz viele verschiedene Definitionen zu. Aber man kann Lernen als Prozess verstehen, der das Erwerben, Verstehen und Integration von Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen, Verhaltensweisen umschreibt. Und ist ein fortlaufender Prozess, der also schon vor der Geburt einsetzt. Also wir lernen im Prinzip schon bevor wir geboren werden und lernen, bis wir tot umfallen. Und das eine der wichtigen Sachen ist so ein bisschen, glaube ich, immer das Problem lösen, was man so im Hinterkopf hat. Auf der anderen Seite hat man, wenn man jetzt ans klassische Lernen denkt, so wie man in der UB sitzt mit einem Buch vor sich und grübelt. Das ist aber nicht alles, was das Lernen betrifft, sondern Lernen umschreibt eigentlich so alles, was wir wahrnehmen. Kann also bewusst, unterbewusst stattfinden und alles, was wir wahrnehmen, habe ich gerade ja schon so ein bisschen angedeutet und erleben, formt unser Denken und formt unser Gehirn. Wir hatten das im Titel Verteilte Kognition. Was ist das? Das ist ein Konzept, dass wir nicht alleine auf uns gestellt sind, wenn wir lernen, wenn wir denken, wenn wir Probleme lösen, wenn wir die Welt wahrnehmen. Sondern wir machen das in Lerngruppen, hier vielleicht auch in der UB. Wir machen das mit Hilfsmitteln, wie einem Taschenrechner zum Beispiel. Und hier in der Definition heißt es also, die Verteilte Kognition ist ein Konzept, das beschreibt, wie kognitive Prozesse über verschiedene Agenten und Artefakte verteilt sein können. Und dass es eben nicht ausschließlich nur in unserem Kopf passiert, sondern auch über die Interaktion mit Werkzeugen und anderen Menschen stattfinden kann. Ja, wir haben jetzt so ein Artefakt hier im Bild, eine Einkaufszettel. Ja, also wenn ich als Mensch, Jos, mir Sachen merken muss, was irgendwie in meinem Kühlschrank fehlt, dann, damit ich mir das alles merke, brauche ich ein Hilfsmittel. Ja, sonst bin ich die ganze Zeit auf dem Weg am Grübeln. Das heißt, ich schreibe mir das auf und habe mein Wissen und meine Kapazitäten sozusagen jetzt frei, weil ich diesen Einkaufszettel habe. Das heißt, das System, Jos und der Einkaufszettel können jetzt das Wissen immer noch abrufen. So, das kann man jetzt auf viele verschiedene Sachen anwenden, also zum Beispiel Taschenrechner. Früher mussten die Leute sehr komplexe Formeln, Gleichungen mit dem Papier oder mit dem Kopf lösen. Jetzt haben wir einen Taschenrechner. Heißt, wir können diese Dinge auslagern. Cognitive Offloading heißt es auch. Das heißt, dadurch, dass wir das jetzt auf Werkzeuge, auf vielleicht auch Personen, die wir fragen, auf Wikipedia auslagern können, haben wir Kapazitäten frei. Am Anfang war immer so ein bisschen die Angst, ah, wenn Wikipedia immer dabei ist, dann können die Leute sich gar kein Wissen mehr merken. Ja, so ist es auch nicht, können uns immer noch tolle Sachen merken, aber wir haben einfach neuen Raum, neue kognitive Kapazitäten jetzt frei. Und so ist es jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der ist sehr, sehr weit gefasst. Also der Begriff, der besteht eigentlich seit den 50er Jahren und ist seitdem immer in Veränderung gewesen. Also in Science-Fiction-Romanen wurde der aufgegriffen, in der Wissenschaft, Neurowissenschaften, Computational Science. Das ist also ein sehr, sehr weit reichender Begriff. Und was wir aktuell unter künstlicher Intelligenz verstehen, sind ja so Sachen wie ChatGPT, die wir in den letzten Jahren immer mehr auch einsetzen. Und dann kann man sagen, also künstliche Intelligenz bezeichnet so insgesamt vielleicht den Ansatz, bestimmte Entscheidungsstrukturen des Menschen nachzubilden. Wenn wir uns angucken, wie das am Anfang war mit ChatGPT, dann war das schon beeindruckend, dass da in echter Sprache geantwortet wurde. Aber es war nicht wirklich faktentreu. Also die KI hat uns Dinge erzählt und wir haben gedacht so, hä? Also irgendwie stimmt das nicht so ganz. Und das war auch am Anfang gar nicht das Ziel. Ja, es sollte kein Lexikon oder eine Datenbank sein, sondern es wurde versucht, eben solche Menschlichkeit in Algorithmen, in Systeme reinzubringen. Und das hat gut funktioniert. Also die Texte klingen mittlerweile so, als wären sie von Menschen geschrieben. Und selbst Lehrende, die sich damit viel beschäftigen nach einer neuen Studie, können zu 45 Prozent nur richtig unterscheiden, ist das jetzt ein menschengemachter Text oder ist das ein Text von einer KI. Und so sieht es auch aktuell mit den Bildern aus, die erzeugt werden. Wir haben also etwa, also man kann fast sogar sagen, der Münzwurf ist genauer im Unterscheiden zwischen KI und menschlichem Erzeugnis. Jetzt ist es so, dass die KI also versucht oder es wird ja antrainiert, Wissen zu erwerben, zu verstehen und anzuwenden. Das klingt so ein bisschen wie das, was wir eben beim Lernen gehört haben. Und ein Teilbereich ist jetzt dieses Mensch-Maschine-Feedback-System, was wir bei ChatGPT. Ich nenne immer ChatGPT einfach als Stellvertreter, gibt natürlich ganz viele verschiedene Werkzeuge, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und auch diese generative KI ist nur ein ganz kleiner Bereich der künstlichen Intelligenz, ist ein Teilaspekt des Deep Learnings und des Machine Learnings. Diese technischen Aspekte, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, können wir später noch in der Fragerunde drüber reden. Wir gehen jetzt so ein bisschen darauf ein, was macht es mit uns, wenn wir Prozesse unseres Lernens auslagern auf die KI. Genau. Das heißt, wie kann KI mir jetzt wirklich helfen? Und KI-Tools können in ganz unterschiedlichen Situationen natürlich super hilfreich sein, sind aber sehr, sehr breit aufgestellt. Also es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, Studierenden im Studium zur Seite zu stehen, sondern es kann auch, wenn ich meinen Kühlschrank öffne und sehe, was habe ich da gerade noch für Gemüse, dann kann ich mir ein Rezept ausgeben lassen, was ich damit noch kochen kann. Ich kann überlegen, was möchte ich vielleicht dann im Sommer für Gemüse anbauen, da kann mich die KI beraten. Es ist also so breit gefächert, dass von Forschung bis persönlichen Bereich kann KI hilfreich sein. Und die Frage ist jetzt auf der einen Seite, was machen wir mit den gewonnenen Kapazitäten und auf der anderen Seite, was macht es mit uns? Ja, ich habe ja vorhin gesagt beim Lernen, alles, was wir erleben, erfahren, macht was mit uns, formt uns. Wenn wir jetzt ganz viel an die KI abgeben, sage ich jetzt mal, dann macht die KI das, dann machen wir das nicht mehr und dann trainieren wir bestimmte Dinge gar nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Beurteilungskompetenzen. Einmal Beurteilungskompetenzen, was gibt die KI mir aus? Also ist das was, was ich nachvollziehbar finde? Oft stecken da noch Biases, Vorurteile drin, die auch in den Ursprungsdaten drin sind. Wie gesagt, ist jetzt auch wieder ein technischer Aspekt. Und die andere Sache ist natürlich, wann ist es sinnvoll für mich und mein Leben, das zu verwenden? Also wie beim Sport, wenn ich bestimmte Muskelgruppen trainiere, wachsen die Muskeln und so ist es auch beim Lernen. Wenn ich bestimmte Dinge mache, eine Sprache spreche, dann lerne ich immer besser, diese Sprache zu sprechen. Wenn ich die Sprache weniger spreche, verlerne ich das vielleicht irgendwann. Das heißt, da müssen wir überlegen und beurteilen können, wann möchte ich eben bestimmte kognitive Prozesse auslagern und wann nicht. Jetzt heißt das Ganze mit KI klüger zusammenarbeiten und das ist so ein Ding, ein sehr einfacher Satz. Ja, Arbeit im Gehirn ist immer Widerstand. Also wenn wir in neue Situationen reinkommen, dann ist da erstmal so ein initialer Widerstand, der überwunden wird. Also beim Snowboard fahren zum Beispiel kann ich mich erinnern, ich bin super oft umgefallen und das ist sehr viel Frustration damit verbunden und wenn man es dann kann, ist es super. Aber um solche Erfolgserlebnisse zu haben, muss man immer so einen initialen Widerstand überschreiten. Und da kann jetzt KI helfen, eben diese Widerstände mit uns gemeinsam abzubauen. Ja, wenn wir zum Beispiel in Schreibblockaden sind, können wir die KI fragen, also so und so sieht mein Konzept aus, jetzt weiß ich gerade nicht weiter. Oder indem wir bestimmte Themen strukturieren, indem wir uns im Lernprozess helfen lassen, unterstützen lassen und diesen Lernprozess aber aktiv weiter gestalten. Das heißt, hier ist es wichtig, ich bin die Person, die wissen will, wie die Welt funktioniert, was in einem bestimmten Fach wichtig ist und nutze jetzt die KI eher als Lernbegleiter und nicht als jemand, der mir eine Hausarbeit automatisch fertig schreibt, weil da lerne ich nichts bei. Ich sage das immer, es ist ein bisschen provokativ, ich glaube, Noten werden in der Zukunft keine Relevanz mehr haben, weil man sieht das jetzt auch schon, zum Beispiel Google stellt Leute ein, die ihre Tests bestehen, weil dann ist nachgewiesen, die Menschen können das und dann können die auch in dem Unternehmen arbeiten. Das heißt, in der Forschung und auch in der Wirtschaft ist es wichtig, was ihr könnt und nicht, ob ihr eine tolle Note habt. Das heißt, eine gute Note wird euch nicht automatisch einen super Job verschaffen, sondern es ist wichtig, was ihr könnt. Man geht ja an die Uni, um was zu lernen. Klingt jetzt alles so ein bisschen so, ihr müsst eigenverantwortlich damit umgehen, aber so ist es jetzt mit KI. Es ist sehr einfach, diesen Widerstand, diesen Initialen zu verspüren und zu denken, das möchte ich jetzt nicht und ich lagere das jetzt aus. Dann habe ich diese Überforderung nicht und ein schnelles Erfolgserlebnis. Das heißt, mein Appell oder so wie ich das einordnen würde, es ist total wichtig, dass ihr aktiv bleibt und eure Autonomie nicht verliert über eure Lernprozesse oder über euer Leben. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist im Kleinen so. Das heißt, hier kann die KI als Lernbegleitung uns natürlich helfen, Struktur reinzukriegen. Also ich bin am Anfang von der Forschungsarbeit, habe schon viele Ideen und kann jetzt mit ChatGPT diskutieren, wie könnte so eine Struktur aussehen, von einer auch vielleicht Abschlussarbeit und dann kann ich selber entscheiden, ist das, was die KI mir da ausgibt, bin ich damit einverstanden oder ist das was, wo ich denke, nee, das möchte ich gar nicht so. Ich möchte ja vielleicht die und die Aspekte noch mit reinbringen. Da kommen wieder diese Beurteilungskompetenzen mit rein, von denen ich gesprochen habe. Dann kann es natürlich enorm hilfreich sein für Literaturrecherche. Also ich kann mittlerweile PDFs hochladen bei ChatGPT 4 und dann auf bestimmte Kriterien untersuchen. Das heißt, ich muss nicht mehr zwei, dreihundert Paper lesen, sondern ich kann erst mal eine Vorauswahl treffen und sagen, in den und den Veröffentlichungen werden bestimmte Kriterien erfüllt, die ich für meine Forschung brauche und dann kann ich die sortieren und vielleicht einordnen und dann lese ich die wichtigsten 20, 30 und darauf aufbauen kann ich dann wieder mit der KI Rücksprache halten. Also selber kann ich aktiv bleiben, kann aber immer Unterstützung kriegen. Genau das gleiche für Textanalyse, für Datenanalyse. Ich kann mir mit der KI Python Skripte schreiben lassen und dann mit diesen Skripten, die auch super kommentiert werden, weiterarbeiten. Ja, ich kann also nebenher noch programmieren lernen und kann eben die Kapazitäten, die ich jetzt frei habe, nutzen, um weitere Kompetenzen aufzubauen. Interdisziplinäres Arbeiten ist zum Beispiel auch was, was jetzt viel zugänglicher wird. Das heißt, mit der Unterstützung von KI kann ich jetzt neue Kompetenzen aufbauen, kann die auch viel besser quer vernetzen. Hatten wir in der Light-Version schon so ein bisschen in Wikipedia, ja, also ich habe so ein Grundkonzept von Wissen und klicke dann immer hier und da mal auf Worte drauf. Das geht jetzt mit den aktuellen KI-Modellen sehr, sehr gut, dass ich eben mein Wissen quer vernetze und die Konzepte, die ich schon im Kopf habe, mit anderen Konzepten verbinde und viel eher in so ein interdisziplinäres Arbeiten reinkomme. Die Kehrseite ist natürlich, wenn wir jetzt viel automatisieren und diese neuen Kapazitäten dazu nutzen, weiß nicht, vielleicht mehr Serie zu gucken, dann sind die Lernprozesse natürlich, ja, werden immer kleiner und nach drei bis sechs Jahren an der Uni habe ich nicht so viel gelernt. Ja, das heißt auch später im Job oder in der Forschung habe ich eigentlich die Zeit nicht so genutzt. Ich sage jetzt nicht, dass man Zeit optimal immer nutzen muss, aber das ist einfach so ein bisschen die Kehrseite, die man im Hinterkopf haben kann. Genau, da sind wir auch schon so ein bisschen am Ende. Also Fazit nochmal als Zusammenfassung. Arbeit im Gehirn ist immer Widerstand. Das erleben wir eigentlich jeden Tag, wenn wir uns in Situationen begeben, die neu für uns sind, ist es immer so, dass unser Gehirn in so einen kleinen Alarmzustand geht. Ja, es kennt was noch nicht, wenn es eine Situation schon kennt, dann ist es entspannter. Das heißt, hier ist es so, wir lernen nur und wachsen über uns hinaus, wenn wir uns in Situationen begeben, die wir noch nicht kennen, wissen uns aneignen, was wir noch nicht kennen und da kann KI uns super unterstützen, auch Neues zu lernen und kann auch Einstiegshürden zum Beispiel zum Programmieren oder für andere Sprachen enorm senken. Dann Beurteilungskompetenzen, ich möchte also meine Autonomie behalten über meine Prozesse im Leben, über meine Prozesse in der Forschung oder im Lernen und muss natürlich auch einordnen können, dass das, was die KI mir da rausgibt, auch wirklich nützlich für mich ist. Und zum Schluss nochmal, ich komme aus den Neurowissenschaften, finde ich sehr wichtig, dass man sich einfach klar macht, alles, was wir wahrnehmen und erleben, formt uns und unser Denken. Genau, das war's. Also ganz kurz noch, uns interessieren auch immer Studierendenperspektiven. So, schreibt uns einfach mal eine Mail, weil wir arbeiten ganz viel mit Lehrenden an der Uni und haben deren Perspektiven, aber wie Studierende mit dem ganzen KI-Thema umgehen und was es auch für Schwierigkeiten hat, da haben wir wenig Einblick. Das heißt, wenn ihr Lust habt, so, schreibt uns einfach gerne eine Mail. Und ja, danke, dass ihr da wart. Genau, das ist die Frage. Also, ob du durch diese Nutzung der KI den Widerstand senkst und dann auf einmal in der Lage bist, programmieren zu lernen. Und wenn das ein Widerstand ist, der abgebaut wird und du kannst nach ein paar Monaten programmieren, ist das doch super. Wenn du allerdings Sachen komplett auslagerst und sagst, so, alles klar, die Hausarbeit ist jetzt fast von alleine entstanden und die Frage ist, was habe ich dabei gelernt und so richtig viel hast du da nicht dabei gelernt, ist das natürlich ein Problem. Ja, das heißt, Widerstände sind vor allen Dingen, ich würde nicht sagen, dass sie eben einen Sinn und Zweck haben, sondern sie sind einfach da, weil dein Gehirn einen Aufwand betreiben muss. Und unser Gehirn ist immer eher gerne in einem Energiesparmodus. Und es muss aber einen Aufwand betreiben, um Neues zu lernen. Und wenn wir diesen Widerstand ein bisschen abbauen können oder bei einer Schreibblockade zum Beispiel. Also ich sitze vorne, oft ist es sehr, sehr schwer anzufangen. Und wenn ich dann aber ins Arbeiten komme und anfangen kann, dann ist das doch erstmal super. Genau, also man kriegt im Prinzip Kapazitäten, die jetzt frei sind und kann jetzt diese zeitlichen und auch mentalen Kapazitäten wieder neu nutzen. Und ich nutze es zum Beispiel sehr gerne, also man kann es mittlerweile sich auch als App auf seinem Smartphone haben und dann unterhalte ich mich mit der KI kurz. Also in echter Sprache, ich frage einfach, hey, ich habe gerade ein Konzept zu dem und dem Thema, kannst du da kurz mir was zu erzählen? Und dann kriege ich einen kurzen Input dazu und dann kann ich damit weiterarbeiten und das quer vernetzen.